Nicht das beste Wetter, aber die ersten Prokusse sind seit einigen Tagen da. Auch die anderen Zwiebelpflanzen haben schon ihre Blätter rausgestreckt. Die frühe Blüte ist halt wichtig. Ich habe vor dem letzten Kälteeinbruch schon eine schwarz-blaue Holzbiene hier rumfliegen sehen. Da gab es noch nichts. Hier der Huflattich ist auch schon am Kommen. Und die Schneeglöckchen sind natürlich auch schon da. Ja, jetzt fängt es regnen an. Da werde ich nicht mehr lange hier draußen rumstromern. Aber ihr seht ja, es geht los in die Gartensaison, in die Naturgartensaison. Und jetzt viel Spaß mit euren eigenen Projekten.